Nadia Wolf ist 28 und hat 1 Chromosom mehr als die meisten Leute. Trotz Down-Syndrom konnte sie aber eine Hauswirtschafts-Anlehrer machen und arbeitet heute, drei Tage in der Woche, im Werkheim in Oster. Nadia Wolf wohnt mit ihren Eltern in Greifensee. Zur Arbeit geht sie selbstständig mit Bus und Zug. Ich arbeite mit einem Muschdach in den Adlachern in der Wäscherei. Das Shop ist am liebsten dort. Ich mache gerne Flachwäschmangel, mit grossen Mangel. Ich kann gerne zusammenlegen oder eine Auswandgruppe packen, verschiedene Ämter zum Putzen, z.B. eine Küchenwäsche hochbringen. Beim Zug muss man auf was schauen? Dann muss man schauen, ob man ein Billett hat, um zu knipsen. Und die Maske muss man tragen, das ist auch wichtig. Wegen den Covid-19-Schutzbestimmungen des Betriebs können wir Nadia heute nicht an ihrer Arbeitsstelle besuchen. So, jetzt sind wir gespannt, Nadia. Wenn Nadia nicht auf der Arbeit ist, verbringt sie gerne Zeit mit den Eltern. Heute schauen sie gemeinsam alte Fernsehaufnahmen von der Familie an. Nadia war damals sechs Jahre alt. Für uns war die Diagnose eine Überraschung. Den Ultraschall hat man schon gemacht, aber das war noch ein altes Gerät. Die Nackenfalte hat man nicht gesehen. Der Bluttest ist noch ganz neu. Den hat es, glaube ich, gar noch nicht gegeben. Von daher hatte ich eine sehr unbeschwerte, glückliche Schwangerschaft. Und wir haben uns mega gefreut auf unser erstes Kind. Und dann ist die Diagnose gekommen. Da hat man dann schon mal leer geschluckt. Was kommt jetzt da von uns zu? Und schaffen wir das? Nadia verbrachte die ersten Tage im Brotkasten. Dann bin ich sie einmal besuchen. Man hat sie streicheln. Und dort hat sie mir so meinen Taumen gepackt. Und da ist mir wirklich so durch den Kopf, ja, wir halten zusammen durch dick und dünn. Und ja, das ist wirklich dann auch wahr geworden. Und der Nilo, der war ganz gedeckt. Nadia, das ist ein russischer Name, das heisst Hoffnung. Und ich glaube, dass wir diesen Namen gewählt haben, das hat so eine Botschaft gegeben für das Leben von Nadia. Und auch heute sagen wir, und wir erfahren das auch, als sie hinkommt, dass sie Hoffnung verbreitet. Und das ist wie so, ja, zu ihrem Lebensthema geworden. Ihr Name Hoffnung. Ich habe Internet von Betty Bossi gefunden. Ich schreibe eine Menge von Getzept ab. Und dass ich auch machen kann. Was willst du heute backen? Mehr andere ich backen. Nadia hat die heilpädagogische Schule besucht und dort lesen und schreiben gelernt. Am Mittag haben sie immer zusammen geschaut, wann wir kochen. Und dann muss man zuerst mal Postenliste schreiben und dann schauen, wie viel Geld man sich mitnehmen muss. Und dann sind sie wirklich sonst in der Grossmikro gehen zu posten, das Zweite. Und diese Zeit, diese Repetition, und dass sie das gehabt hat, das hat ihr sehr viel geholfen. Wir waren sehr froh, dass sie mit 18 eine super Anschlusslösung hatte, in der sie den Vertrag bekommen hat für die A-Lehr in der Hauswirtschaft. da war sie so glücklich, wie wenn sie den Sechser im Lotto gewonnen hätte, für alles gestrahlt, wo der Vertrag gekommen ist. Sie braucht jetzt wirklich in der Wischerei das, was sie dann gelernt hat. Und wir sind so froh darum. Nadia zeigt uns etwas, was sie in ihrer zweijährigen Anlehre gelernt hat. Das ist eine Echt-Pyramide. Was kann man hier lernen? Da können wir lernen, ähm, gesund zu trinken, gesunde Ernährung, im Maß zu essen. Was ist denn ungesund und was ist gesund? Ungesund ist mehr Fett und mehr Süßigkeiten und Essig. Ungesund ist einfach Früchte und Gemüse. Ungesund wenn ich trinke, ist wenn ich Wasser oder Tee oder für einen dünnten Saft trinken. Ich muss mehr trinken. Das ist immer nur ein Thema. Da sieht man, wie viel Zucker da oben hat. Ich denke, man ist dann acht da drauf. Es ist spannend, wie viele Kalorien es hat. Heidi und Urs Wolf produzieren Bücher und halten Seminare zum Thema Lerntechniken. Mehr als 200'000 Schüler, Studierende und Lehrpersonen im In- und Ausland haben schon davon profitiert. Nadia hat ihre Eltern massgeblich inspiriert. Was mir wichtig geworden ist, ist, dass jedes Kind, jede Person einzigartig ist und auch entwicklungsfähiges Potenzial hat. Bei Nadia haben wir das ganz schön entdeckt, wie sie extrem neugierig ist und wie sie etwas lernen will. Das sehen wir auch ganz stark in unserem Dienst, die mir helfen wollen, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Dass sie genau an dem Niveau, wo sie sind, dass sie einen Schritt mehr gehen können. Heidi und Urs haben beide ein Studium hinter sich und kennen den Leistungsdruck aus eigener Erfahrung. Ich selber war lange Zeit sehr leistungsorientiert und mich über meinen Erfolg definiert. Und als Nadia dann auf die Welt gekommen ist, dann war das für mich das erste Mal wie ein heilender Prozess. Und das hat mir die Augen aufgenommen, davon wegzukommen, mich selber über meine Leistung zu definieren, sondern zu sehen, dass ihre Identität ein Geschenk von Gott ist. Und das sage ich auch den Studenten, wenn ich ein Seminar halte, dass jedes Leben eine geschenkte Würde und Identität hat, die nichts von der Leistung abhängt. Wolfs haben drei Töchter. Heute kommt die Jüngste zu Besuch. Tabea ist 24-jährig und studiert Deutsch und Englisch. Kann ich gerne. Ich auch. Die Ärzte sagten, dass die Chance 1 zu 100 sei, dass Wolfs bei weiteren Kindern wieder ein Baby mit Down-Syndrom bekommen werden. Wir haben aber gedacht, so hoch ist das auch nicht. Und wenn es nur noch einmal mit Down-Syndrom ist, dann würde man es auch sehr, sehr gerne haben. Und Nadia hat auch eine Geschwisterte. Und das ist natürlich auch schön mit der Schwester, die sie hat. Sie hat sehr liebe Schwesterinnen bekommen. Auf vorgeburtliche Tests haben Wolfs verzichtet. Wir haben gefunden, auch wenn jetzt ein Test anzeigen würde, das könnte ein Kind mit Down-Syndrom sein, wir würden sie auf jeden Fall behalten und annehmen und uns daran freuen. Mit dieser Perspektive haben die Tests gar keinen Sinn gemacht für uns. Und von dem her war die Schwangerschaft auch bei den zwei anderen Kinder sehr unbeschwert. Weil wir es einfach im Vertrauen gemacht haben und gewusst haben, dass Gott uns Kraft geben kann, wie er uns auch für Nadia Kraft gibt. Nadia sagt mir mega oft, dass sie mich gerne hat. Und bei ihr weiss man einfach, es kommt von Herzen. Und das bedeutet mir mega viel, dass sie ihre Gefühle so ehrlich ausdrücken kann und einfach das zeigen, dass sie einem gerne hat. Und so fühlt man sich auch mega geliebt. Und das kann ich mega von ihr lernen. Und das kann ich gerne.